hallo youtube tüftler und bastler zu einer neuen folge von the infected schön dass du da draußen wieder rein schaust und an alle lagerfeuer anmacher und bewacher die immer meine videos fleißig unterstützen an der stelle vielen dank scheiß wetter haben wir heute mitgebracht aber wir brauchen das wasser um unsere wanne zu füllen damit wir ein wenig anbauen können und wie ihr seht hat sich hat sich da auch einiges geändert ist ein bisschen zeit vergangen seit der letzten folge und habe mich dann derweil ein wenig um eine basis gekümmert und ein paar sachen schon angebaut heute gibt es eine kleine überraschung ich bin mir noch nicht ganz sicher ob wir erst krokodile jagen gehen oder ob das in der nächsten folge passiert denn wir wollen ja einen neuen beutel haben dazu fehlen uns aber noch ein paar sachen oder ob wir heute mal das erste village hat man glaube ich vor ein paar folgen schon mal da war es winter sind wir schon mal zum dorf gegangen und vielleicht heute dann doch noch mal das village ein wenig auskundschaften um dann eben halt ein paar sachen dazu besorgen wir brauchen dazu aber noch ein bisschen das natürlich schlecht jetzt hier das geht natürlich nicht wir müssen erst mal wasser hinzufügen hier fügen wir auch was ein zu und hier können wir dann auch was ein zu fügen ja ich weiß die pflanzen die sind alle schon fertig die kann ich alle ernten das machen wir auch gleich ich füge nur schnell das wasser hinzu dass okay das geht hier nicht so das haben wir auch hier aha die wassermelone da ist nichts drin wie ihr seht ich habe auch jetzt hier eine aluminiumflasche denn ich hatte das glück ein bisschen aluminium zu finden so dann war hier noch mal alles auffüllen ach seht ihr da habe ich jetzt machen wir das so nein machen wir es umgekehrt wir füllen erstmal das saubere wasser hier rein und die 200 kommen hier rein dann haben wir sauberes trinkwasser hier füllen wir das noch mit wasser und packen das jetzt hier rein die pflanzen müssen ja bewässert werden und hunger haben wir ja auch ihr seht müssen wir einiges essen hier noch mal an der stelle vielen dank für die vielen tipps die dann gekommen sind habt es mir auch ein bisschen zu herzen genommen essen wir mal hier ein bisschen weiß so ein bisschen dorst haben wir noch von dem ganzen fisch hier gibt es dann immer so jetzt passt das dorst haben wir ja auch packen wir mal hier rein und die trinkflasche ist natürlich der hammer in der trinkflasche da haben wir genug wasser mit schmutziges wasser können wir da reinpacken soll er dann noch mal ok da läuft das gut wir lassen erst mal das ganze hier so ja ich würde sagen das reicht ja ein bisschen trinkwasser mit genau einen bogen da müssen wir ein bisschen aufpassen er hat nicht mehr viel und einen speer haben wir mit er hat auch nicht mehr so viel müssen wahrscheinlich noch neuen bogen produzieren oder ein schwert mitnehmen die frage ist ich meine wir können ja die axt und so weiter und das ganze hier können wir hier lassen denn wir gehen ja nicht auf holz jagd oder bauen steine ab sondern wir gehen erst mal gucken was es so schönes im dorf noch zu holen gibt dazu muss ich mal mein inventar noch mal leer machen so da kommt die seile hier rein auch rein so perfekt wie viele feile haben wir denn 34 bis der bogen kaputt geht sollte es reichen machen wir die tür zu ihr essen müssen wir auch noch besorgen den holzkarren ja hier müssen wir noch ein tor einbauen da sind wir noch nicht so weit ach ja mineral extraktor habe ich ja auch schon hingebaut der läuft auch aber leider bin ich hier habe ich hier auf kobalt gebaut das heißt ich kriege ja kein kupfer und auch kein aluminium das was ich eigentlich brauche kobalt wahrscheinlich später das heißt wir müssen dann noch ein mineralien extraktor dann wahrscheinlich hier oder hier bauen wir werden auch mal in der höhle vorbeischauen mal gucken ob wir das alles schaffen aber zuerst mal zum dorf so verband haben wir auch mit sollte mal infiziert werden haben wir auf jeden fall noch einen verband sonst müssen wir noch ein paar herstellen und wir haben dann noch gegen blutungen auch noch mal ein paar verbände ich weiß gar nicht ob wir mittlerweile sommer haben aber so wie es aussieht wir haben 33,9 grad das ist mittlerweile wieder sommer oh das hört sich aber gut an hier ist ein schaf wenn ich wüsste wo es war egal soll ein bisschen aufpassen hier auf zombies ja in dem haus waren wir ja damals schon drin gewesen als es winter war da haben wir glaube ich eigentlich schon alles rausgeräumt ich bin gespannt da gibt es ja einige änderungen satte änderungen die ja stattgefunden haben mit der neuen 6er version unter anderem gibt es da jetzt auch sonnenwiderstand ist dazu gekommen das heißt man kann sich da irgendwelche creme machen damit man wenn man in der sonne ist dass man nicht dort immer dann plötzlich einen sonnenhitzeschlag oder sonnenschaden bekommt ja was gab es noch neues jetzt müsste ich selber erst mal gucken also da gab einige sachen die neu waren ah ja genau die stahlspitzen stahlsperr spitze war es nicht aber es gibt jetzt die sogenannten diese hier spitze fallen und die kann man jetzt stahlspitzen aufsetzen dadurch haben sie die möglichkeit dass sie nicht mehr kaputt gehen mit einem schlag das war auch neu und dann diverse andere änderungen noch also man merkt das spiel entwickelt sich und ich muss sagen es macht immer mehr spaß halt so ja hier hatten wir alles ausgeräumt in diesem village wir brauchen auf jeden fall ein paar sachen auf jeden fall auch tech oha ja hier war irgendwo ein wolf habe ich gerade gehört ich habe momentan noch keine panzerung ich habe mich nur erstmal um meine basis gekümmert die ganze zeit aber uns fehlen halt eben diese ganzen tech sachen ja da ist der nee machen wir lieber nicht ich verstecke mich lieber im haus ich will mir da jetzt nichts einfangen ich glaube hier waren wir auch schon drin in dem haus war hier oben noch was? nee kann sein dass wir hier auch schon gewesen sind ja hier waren wir auch schon toilette da ist auch nichts weiter okay weiter geht's da habe ich irgendwas laufen sehen da ist ein zombie ja jetzt kommt er mal sehen ob er durch die tür kommt ah der wirft mit irgendwas ja genau aber das schafft er noch mich zu infizieren ja das war ein verband jetzt dürfen wir nicht mehr infiziert werden sonst müssen wir erstmal ein verband herstellen hier steht noch eine waschmaschine ja schon eine spannende sache dieses dieses dorf hier leer stehendes haus da habe ich wenigstens glas gefunden eisenerz und fluid mehr gibt es hier drinnen nicht gucken wir mal raus was es hier noch gibt da drüben steht noch ein haus da waren wir drin jetzt gehen wir mal hier rüber ok mal gucken was uns hier drin erwartet Fischöl, Gurkensaat das können wir nicht mitnehmen Rindenmulch auch nicht schlecht Eisenbrocken ja das brauchen wir natürlich auch erste Hilfeausrüstung immer ganz wichtig Leierz ok hier oben liegt meistens noch was rum oh Medizinverbände sehr gut das rettet uns so ein bisschen dadurch haben wir die Möglichkeit sollten wir infiziert werden also mal ernsthaft den Rindenmulch den können die eigentlich auch rausschmeißen weil den kriegt man auch durch durch Fällen von Bäumen aber gut nehmen wir erstmal mit was wir haben das haben wir das können wir natürlich nicht mitnehmen ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen ich hoffe es nicht also weiter mal gucken ob hier irgendwas da kommt wieder einer ja der hat natürlich schon durchgehauen er rennt natürlich jetzt weg genau das war ja jetzt auch eine Neuerung mit 96 die laufen ja jetzt plötzlich davon so wie ich das mitbekommen habe wo ist er jetzt hin ich muss mal kurz hier ne Gurke essen die Gurken sind ja mal gut um Leben wieder zu bekommen als tolles Heilmittel also Gurken sind wichtig für die Gesundheit gehen wir mal zu kommt er wieder gehen wir mal hinten raus da ist er doch okay den haben wir auch ja der wollte sich nicht wollte sich nicht abschießen lassen so wie es aussieht in dem Haus jetzt das ist manchmal ist das wirklich schlecht ich glaube in dem Haus waren wir schon drin ja das ist das leerstehende Haus verliert man immer schnell den Überblick hier weil die Häuser alle immer so kreuz und die quere stehen und dann so viel Grünzeug hier dazwischen ah das Haus sieht gut aus ziemlich groß da könnte was drin sein ein Stein ja ein Stein nehmen wir auch noch mit oh noch ein Bambi oh da ist noch ein Haus Mann das ist aber groß hier ist nicht da noch auf der Ecke ein kleiner Stein muss man ein bisschen aufpassen hier ja Rindenmulch können wir mal rausnehmen das kriegen wir auch durch Bäume da habe ich so viel von und die Steine ja eigentlich könnte man Steine auch liegen lassen halt Moment ich habe gerade was gehört Federn Federn für die Pfeile brauchen wir auch in der Badewanne ist nichts drin da auch nicht Eisenbrocken okay Lehm eine leere Dose okay stapelt sich das ist gut Rindenmulch können wir liegen lassen brauchen wir nicht Kartoffelkeimlinge sind immer ganz wichtig in der Küche ist auch nichts auch nicht gucken wir mal hier rein da waren wir schon ja das war es eigentlich können wir mal hochgehen ah das scheint hier so ein Herrenhaus zu sein oder sowas Milch und ein trockener Ziegel oh ist das Inventar fast voll also wie ihr seht wir brauchen auf definitiv demnächst eine größere Tasche und dafür müssen wir Krokodile jagen da kommen wir nicht drum rum sonst dürfen wir jedes Mal zurücklaufen und neue Kisten bauen oh hier liegt irgendwas Elektrikteile die sind wichtig jetzt müssen wir mal gucken wie wir das am besten hinkriegen Steine können wir mal rauswerfen findet man an jeder Ecke Elektrikteile wir können das Ding noch drehen vielleicht kriegen wir sie doch noch rein ja haben wir noch reingekriegt können wir jetzt noch Steine aufheben perfekt können wir auch können wir denn die nicht eigentlich stapeln nee wir können Fischölen nicht stapeln ja First Aid nochmal sehr gut sollte man auch nicht verschwenden haben wir eigentlich alles mal gucken ob wir hier drüben noch irgendwas liegen haben man übersieht ja immer alles relativ schnell weil das so klein ist vielleicht liegt hier oben noch was da nicht okay hier sieht es eigentlich aus mit Doos Doos haben wir noch geht noch ja können wir weiter da läuft irgendwas das ist wahrscheinlich ein Vogel nee ein Zombie ein Läufer ist das ich hoffe mal dass keine Pfeile kaputt gegangen sind ah doch sind leider Pfeile kaputt gegangen haben wir hier schon drin ja Tür steht offen hier waren wir schon also immer am besten die Tür offen lassen Steine hier liegen auch noch genug Steine rum aber man hätte auch seine Basis hier in so einem Dorf einrichten können das würde auch gehen da gab es ja ein Haus holen wir mal Tür zu damit die Zombies hier nicht rein werden ah seht ihr und da haben wir schon das Problem unser Inventar ist nämlich voll und wir kriegen wahrscheinlich gleich nichts mehr rein Plastik ja und da haben wir das Problem wir kriegen keine Plastik mehr rein gut dann schmeißen wir mal die Steine raus hmm schwierig Kartoffeln Gurkensaat Gurkensaat möchte ich jetzt nicht gerade wegwerfen ist alles wichtig hier ja Leben Leben können wir auch raum ausmachen gucken wir mal wie viel wir werfen mal hier das auch noch raus ja passt auch noch rein so gut dann muss das erstmal hier liegen bleiben hier liegt irgendwas Glas ja ja und Glas leider ne also da müssen wir auf jeden Fall zurück gucken wir mal hier oben ob noch was hier oben rum liegt auch nochmal Glas okay also wir müssen wir müssen definitiv nochmal hier her Verbände zweimal Seile liegen auch noch rum das können wir ja alles nicht liegen lassen hier auch nochmal Verbände je mehr desto besser Knochen Elektrikteile oh krieg mal einiges zusammen hier da kommen wir doch gleich wieder also auf auf zurück so wenn ich jetzt wüsste ein Schwein okay also wir sind glaube ich von hier gekommen ja Nord Nord West müssen wir folgen einfach hier diesen Häusern dann laden wir da erstmal aus in der Basis wäre ja schade wenn man das alles da liegen lässt so da sind wir auch schon wieder ja wir sollen mal gucken ob wir einen neuen Bogen erstmal herstellen bevor wir da wieder hingehen wenn der Bogen jetzt kaputt geht mitten im Kampf ist das schlecht so Glas haben wir jetzt nicht aber dafür haben wir hier trockenen Ziegel gut First Aid Kits und wir haben ja Elektrikteile dafür müssen wir dann extra noch noch eine Kiste bauen da kommen wir nicht drum rum platzierbares Lager machen wir hier noch eine zweite Kiste drauf und da brauchen wir dann 0 von 8 Bretter dazu müssen wir erstmal erstmal alles leer kriegen hier mal gucken also Kartoffeln die können wir erstmal hier irgendwo reinstecken und wir haben Teig jetzt viermal Bleierze das behalten wir mal Aluminiumerze Erze kommen hier noch rein haben wir hier noch Platz nee leider nicht stecken wir mal das Bleierz hier rein die Federn Aluminiumerz notfalls packen wir das erstmal hier irgendwo rein damit wir ein bisschen Platz bekommen so machen wir das erstmal haben wir hier vielleicht noch Platz ja hier haben wir auch noch Platz stecken wir doch erstmal alles rein was geht so also man merkt man braucht immer mehr Kisten so brauchen wir mal ein paar Bretter hat noch nicht gereicht ein Brett fehlt noch gut und da können wir erstmal jetzt so Glas und sowas sammeln jetzt nehmen wir mal alles wieder raus und da machen wir dann sowas wie Glas rein oder hier Elektrikteile Plastik damit das hier nicht gegenseitig stört das nehmen wir mal raus Lehmziegel und das kann ja hier alles drinnen bleiben Mechanikteile genau hier ist Plastik noch das nehmen wir auch noch raus gut gut Blechdosen ja könnte man eigentlich Kevlar könnte man eigentlich auch rausnehmen und hier reinpacken und First Aid auch wunderbar dann schmeißen wir jetzt noch den Rest hier rein Oh Feuer ist ausgegangen Heißt Seile Seile können wir hier drinnen lassen und werfen wir hier noch die ganzen Erze rein müssen wir dann nochmal vorsortieren das mache ich dann alles später Schrauben Dosen Federn auch und Fischöl ja das kann auch noch oben rein keine Ahnung wozu man Fischöl braucht aber das werden wir später sehen so wie sieht es aus mit Essen trinken ah uns ist ein bisschen was verdorben Soast haben wir auch Proteine haben wir noch Proteine irgendwo rumhängen ne haben wir nicht aber ist nicht schlimm das verdorbene Zeug das können wir dann verarbeiten weiter verarbeiten zu Öl brauchen wir dann halt eben für den Mineralien Extraktor wir ernten mal hier die Gurken und die Kartoffeln ernten wir auch okay Melone ist noch nicht bereit schmeißen wir gleich die Kartoffeln wieder zum Wachsen rein die Gurken auch gut können wir wieder los okay gut hat sich erledigt der steht da hinten und der gab fünf Teig na bitte ui so ein Schwein ist doch leckerbissen für uns ach der ging auch noch daneben so Schwein haben wir auch gequält nehmen wir auch mit auch noch mal schön Haut und Fleisch können wir mal hier gleich trocken trocknen lassen ja Tierhaut haben wir genug Knochen auch weiter geht's ok 26 Pfeiler haben wir noch ja wo ist es denn jetzt das Dorf aber wir sind zu weit Osten östlich glaube ich wir müssen ein bisschen mehr in die Richtung laufen ja da ist das erste Haus da waren wir glaube ich auch schon drin aber man sollte manchmal nicht so schnell sein da sieht man es nämlich da kriegt nämlich wieder einer ok erwischt ein Schuss ich glaube hier haben wir alles liegen lassen schnell Tür zu ja genau da war das Glas hier in dem Bad war nichts noch einer oha gleich zwei oh hab ne Blutung zwei Blutungen sogar müssen noch mal kurz essen hier so Glück gehabt wo sind die hin ich seh sie grad nicht gut rein kommen sie ja Gott sei Dank nicht da ist einer so den haben wir ah der hat mich jetzt infiziert acht Nägel hat er immerhin jetzt hab ich natürlich keine Gurken mehr bei weiß nicht wie es mit den Kartoffeln ist ah ja Kartoffeln ich seh ihn der steht da der versteckt sich sogar so ah der hatte noch Kobalterz ah erste Hilfe brauchen wir auch noch Moment mal sind wir denn jetzt hier auch in dem richtigen Haus ich glaube doch 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 wir sind hier in dem richtigen Haus hat er das vorhin nur übersehen will ich noch ein Seil oder zwei Stück nehmen wir auch noch mit ich glaube ich habe jetzt nichts übersehen okay hier sind wir durch gut dann gehen wir mal weiter da drüben in dieses Haus ich bin mir jetzt nicht ganz sicher welches wir jetzt vorher waren ich glaube dass da hinten waren wir müsste mal kurz mal gucken gehen man verliert hier so schnell den Überblick oder war es das da übrigens ist noch einer jetzt habe ich nicht mehr viel im Bogen drin da ist auch einer ja der erwischt mich dann nochmal das ist nicht wahr und hat er mich schon wieder infiziert aber Gott sei Dank kam er noch zwei Medizinverbände aber ich glaube der Bogen ist jetzt hinüber ja der Bogen wir müssen eh zurück um erstmal neuen Bogen zu produzieren zu bauen und dann nochmal ein bisschen hier an Verbände ausstatten sonst wäre das echt tödlich und Gurken müssen wir natürlich auch machen ich sehe aber auch schon wir sind jetzt am folgenende auch angekommen ja Freunde sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bleibt dran es wird spannend es geht weiter im Village ich besorge mir jetzt nochmal einen neuen Bogen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu The Infected Version 9.6 macht's gut tschüss Wir sehen uns jetzt und dann haben wir uns in der nächsten Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge in der nächsten Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge wir sehen uns in der nächsten Folge Vielen Dank.